Musik Von der Traube bis zur Creme Etablierung und Massenvermehrung von Weintraubensuspensionszellen zur Herstellung eines Pflanzenzellkulturextrakts für die Kosmetikindustrie. In diesem Lernvideo wird die Etablierung einer Suspensionskultur aus Kalusgewebe erläutert. Wenn schnell wachsender Weintraubenkallus gewonnen wurde, kann daraus durch den Einsatz von biotechnologischen Verfahren eine Suspensionskultur erzeugt werden. Weiches, bröckeliges Kalusgewebe eignet sich am besten zur Herstellung einer Suspensionskultur. Falls das gewonnene Kalusgewebe hart und kompakt ist, sollte der Kalus weiter auf festen Agarnährmedien subkultiviert werden, bis das Gewebe eine weiche, bröckelige Konsistenz aufweist. Zur Herstellung einer Suspensionskultur wird weicher, bröckeliger Kalus, der auf festem Agarnährmedium gewachsen ist, in einen Erlenmeierkolben transferiert. Um das Wachstum der Kaluszellen anzuregen, wird Nährmedium mit identischer Zusammensetzung, jedoch ohne den Zusatz von Agar, in den Erlenmeierkolben gegeben. Nährmedium ohne Agarzusatz ist flüssig und wird daher auch als flüssig Nährmedium bezeichnet. Zur Herstellung einer schnell wachsenden Suspensionskultur muss in einem ersten Schritt aus Kalusgewebe eine Suspensionskultur etabliert werden. Für die Etablierung einer Weintaubensuspensionskultur aus Kalusgewebe wird in einem ersten Schritt in einen sterilen 500 ml Erlenmeierkolben 100 ml Murashigens Goks Flüssigmedium vorgelegt. Anschliessend wird 5 g weiches, bröckliges Kalusgewebe mit einem sterilen Löffel in das Flüssig-Nährmedium gegeben. Das Abwägen des Kalusgewebes erfolgt in einer Sterilwerkbank, damit die Sterilität der Suspensionskultur gewährleistet ist. Nach erfolgter Zugabe des Kalusgewebes in das Flüssig-Nährmedium wird der Erlenmeierkolben mit dem luftdurchlässigen Sterilfilterdeckel fest verschlossen. Mittels kurzen Schüttelbewegungen des Erlenmeierkolbens werden nun große Kalusgewebestücke grob zerkleinert. Zur Etablierung einer Weintaubensuspensionskultur wird der Erlenmeierkolben dann in einem Schüttelinkubator platziert. Um optimale Bedingungen für die Erzeugung einer Suspensionskultur zu garantieren, muss der Schüttelinkubator wie folgt eingestellt werden. Eine Temperatur von 25 Grad Celsius, 100 RPM, was 100 Umdrehungen des Erlenmeierkolbens pro Minute entspricht, sowie Lichtausschluss. Zusammengefasst, zur Etablierung einer Suspensionskultur ist weiches, bröckiges Kalusgewebe das beste Ausgangsmaterial. Verwendet wird das gleiche Nährmedium wie für festen Kalus, jedoch ohne den Zusatz von Agar, sprich Flüssig-Nährmedium. Der Schüttelinkubator wird wie folgt eingestellt. 25 Grad Celsius, 100 RPM, Lichtausschluss. Nach der Etablierung einer Suspensionskultur muss diese regelmässig subkultiviert werden, um eine gute wachsende Suspensionskultur zu erhalten. Zuerst wird nun aber die Homogenisierung näher erläutert. Sie wird kurz nach der Etablierung der Suspensionskultur zum ersten Mal durchgeführt. Weitere Homogenisierungen werden danach in regelmäßigen Abständen als Teil der Subkultivierung der Erhaltungskultur empfohlen. Wenn eine schnell wachsende Weintraubensuspensionskultur erst einmal etabliert ist, empfiehlt es sich, eine Homogenisierung der Suspensionskultur durchzuführen. Bei diesem Arbeitsschritt kann eine homogenere Suspensionskultur gewonnen werden, die nur noch Einzelzellen sowie kleinere Zellaggregate enthält. Dazu werden 200 Milliliter einer Suspensionskultur am 14. Tag nach der Subkultivierung in einen sterilen Messzylinder überführt. Es kommt zu einer Sedimentation der Suspensionskulturbestandteile in Abhängigkeit der Aggregatsgrösse. Größere Zellaggregate mit mehr als 20 Zellen pro Zellaggregat sedimentieren dabei am schnellsten und bedecken den Boden des Messzylinders. Es folgen kleinere Zellaggregate mit 2 bis 20 Zellen pro Zellaggregat sowie Einzelzellen. Im Überstand verbleiben Zellfragmente von toten Zellen. Nach 20 bis 25 Minuten Sedimentationszeit werden 50 Milliliter Suspensionskultur von der obersten Schicht des Sediments in einen neuen Erlenmeierkolben überführt. In dieser Sedimentschicht sollten nun nur noch Einzelzellen sowie kleinere Zellaggregate vorhanden sein. Der Homogenisierungserfolg kann unter einem Mikroskop visuell beurteilt werden. Anschliessend werden 100 Milliliter frisches MS-Flüssignährmedium in den Erlenmeierkolben mit den homogenisierten Zellen pipettiert. Der Erlenmeierkolben wird dann mit dem luftdurchlässigen Sterilfilterdeckel fest verschlossen und im Schüttelinkubator platziert. Zusammengefasst Bei der Homogenisierung kann eine homogenere Suspensionskultur gewonnen werden, die nur noch Einzelzellen sowie kleinere Zellaggregate enthält. Die Homogenisierung erfolgt mittels Sedimentation der Suspensionskultur. Größere Zellaggregate setzen sich am schnellsten ab, gefolgt von kleineren Zellaggregaten und Einzelzellen. Im Überstand verbleiben Zellfragmente von toten Zellen. Für die Erhaltung der Suspensionskultur ist es nötig, von Zeit zu Zeit die Anzahl an Zellen in der Suspensionskultur zu reduzieren. Gleichzeitig muss periodisch frisches Nährmedium hinzugegeben werden, um ein schnelles Wachstum der Suspensionskultur zu gewährleisten. Diese Ziele werden bei einer Subkultivierung erreicht. Alle 14 Tage nach einer Subkultivierung oder 4 Tage nach dem Feeding wird die Suspensionskultur jeweils subkultiviert. Dazu wird in einem neuen, sterilen 500 ml Erlenmeierkolben 80 ml Muraschigenskoks Flüssig-Nährmedium vorgelegt. Mit einer sich nicht verengenden 10 ml Stripette wird anschließend 20 ml Suspensionskultur in den neuen Erlenmeierkolben mit vorgelegtem MS-Schlüssig-Nährmedium überführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bigs-Nährmedium überführt. ... Anschliessend wird der Erlenmeierkolben mit dem Sterilfilterdeckel verschlossen. Nach erfolgter Subkultivierung wird die Passagenummer, welche die totale Anzahl an Subkultivierungen einer Kultur angibt, auf dem Erlenmeierkolben vermerkt. Anschliessend wird der Erlenmeierkolben wieder im Schüttelinkubator platziert. Zusammengefasst, nach 14 Tagen wird 20 ml Weintraubensuspensionskultur in einen neuen Erlenmeierkolben mit 80 ml frischem MS-Flüssigmedium überführt, was als Subkultivierung bezeichnet wird. Ziel ist, die Anzahl an Zellen in der Suspensionskultur zu reduzieren und gleichzeitig frische Nährstoffe zuzugeben, um das schnelle Wachstum der Suspensionskultur zu gewährleisten. Nach 14 Tagen ist die Suspensionskultur dickflüssig in ihrer Konsistenz, daher wird die Suspensionskultur beim Subkultivieren mit einer sich nicht verengenden 10 ml Strippette entnommen. Um die Suspensionskultur mit ausreichend Nährstoffen für das Zellwachstum zu versorgen, erfolgt das Feeding. Da die Pflanzensuspensionszellen die Nährstoffe, die im Flüssignährmedium enthalten sind, für ihr Wachstum verstoffwechseln und über die Zeit der Kultivierung langsam aufbrauchen, muss periodisch frisches Nährmedium zu der Suspensionskultur hinzugegeben werden. So kann ein schnelles Wachstum der Suspensionskultur gewährleistet werden. Alle 10 Tage nach einer Subkultivierung wird 50 ml frisches MS-Flüssignährmedium zur Suspensionskultur hinzupipettiert. Dies wird als Feeding der Suspensionskultur bezeichnet. Anschliessend wird der Erlenmeierkolben mit dem Sterilfilterdeckel verschlossen und im Schüttelinkubator platziert. Zusammengefasst, beim Feeding wird alle 10 Tage 50 ml frisches MS-Flüssignährmedium zum Erlenmeierkolben gegeben. Eine Nährstofflimitation der Suspensionskulturzellen soll verhindert werden, was die Wachstumsgeschwindigkeit beeinträchtigen würde. Im folgenden Lernvideo wird gezeigt, wie das Wachstum und die Produktion im Schüttelkolben überwacht werden können.